Okay. Ha! Netherwarzen! Na also, da sind sie doch. Die guten. Was zum Teufel? Ich dachte gerade. So, ohne Netherwarzen kein Zaubertrank. Habe ich noch genug Soulshand? Ich glaube ja. Doch, müsste ich eigentlich haben. Aber hier ist auch noch schön hier ein bisschen Slowstone. Habe ich auch noch mal eben mit. Kann auch nie genug haben. Besser genug haben und nicht brauchen, als welches brauchen und nicht haben. Ähm, wo kam ich jetzt her? Von hier oben. Glaube ich. Befürchte ich, denke ich. Ja. Gut, dann würde ich mal gucken, dass ich noch ein paar... Oh, nicht der schon wieder. Äh, noch ein paar nette Skelette. Äh, nicht Skelette, sondern hier die... Ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Ähm, was haben wir hier? Geht's überhaupt lang? Und was zum Teufel ist dann hier? Aha. Aha, okay. Nein. Ähm, wir gehen jetzt wieder zum Spawner. Und gehen dort mal ein bisschen Krach machen hier. Ich höre die Schiebe dann hier. Ach du Scheiße. Ah. Äh. Zum Teufel ist das Ding jetzt hin. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Autsch. Aua. Was ist denn Kram? Sag noch mal. Das tut doch weh. Äh, komm her. Ich hole dich kaputt, Junge. Aua. Erhob mich kaputt. Ah, verdammt. Jetzt komme ich denn da nicht runter hier. Ich dachte, da runter. So, okay. Zwei habe ich dann schon mal. Oh, 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 oh. Das schwer ist halt auch nicht mehr so lange durch. Teufel ist da hin. Oh, da unten ist auch noch. Oh, hier. Autsch. Ich wollte eigentlich nicht sterben. Puh. Oh, hört auf zu nerven, ihr kleinen, dreckigen, miesen. Oh. Lass mich in Ruhe, Mann. Ich bin friedlich hier. Oh, Alter. Fünf Stück habe ich schon. Oh, wo habe ich die denn hier? Alter. Ah. Links, rechts. Ausweichen hier. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Oh, war das knapp. Oh, 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 oh. Ich brauche mich lieber mal ein hier. So, hier ist gemütlich. Okay. Ich warte noch mal eben, bis es weg ist und dann geht es gleich wieder weiter. So. Ich traue noch mal gucken hier. So. Das ist ja direkt um die Ecke. Komm her, komm her, komm her, Junge. Schau dich kaputt, Junge. Bam. Ich hab mich kaputt gehauen. Locker. Easy. Ach so, ich sollte mal eben kurz. Was ist aus dem Rundenhund? Ich weiß, wie viel ich habe. Wow, 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 wow. Entspannt euch doch mal ein bisschen. Meine Güte. Sind die so aggressiv wieder hier? Okay, ich sollte auf jeden Fall schleunigst mal zurück zum Portal und mir dann mal eben die Tank kraften. Erst haue ich den Typen auf den Kopf. Bam. Bam. Tada. Schon habe ich sechs. Sehr gut. Okay, wo ist jetzt der Ausgang? Wo ist jetzt der Ausgang zu meinem Portal? Bzw. Was ist überhaupt? Ich glaube, da müsste das Portal sein. Dann gehe ich da einfach mal gemütlich lang und zwar einfach hier durch die Wand. Hat keinen besonderen Grund, einfach nur so. Ups, ups, jetzt gehe ich mal weiter runter. Ich müsste dann gleich mal gucken, auf welcher Höhe das Ding liegt. Und dann, wow, kann man einfach so in da reinfallen. Ach, da ist das Portal auch schon. So, dann habe ich noch hier einen schönen Eingang. Direkt zu dem Schloss. Hab ich, glaube ich, da oben auch schon gehabt, oder? Ach, egal. So, auf jeden Fall geht es jetzt mal eben zurück. Mit ein paar Tränke brauen. Dann geht es wieder ab. Dann kann es hier wieder abgehen. Kann ich da hingehen, kann ordentlich welche töten, ohne dass ich irgendwie großartig Angst haben muss, gleich zu verrecken. Und so weiter. Und dann ist gut. So. Bababam, bam. Da sind wir wieder zu Hause. So. Das Brutal sollte ich vielleicht auch irgendwie mal umlegen. Oder sonstiges. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Mal gucken. Aber ich brauche ein paar Glasflaschen. Okay, ich nehme mal lieber nur sechs mit. Jetzt habe ich hier natürlich den ganzen Kram. Mein Headset. Mein Mikrofon, meine ich. Hat schon wiederum gespackt. Und wenn man übrigens doppelt drauf klickt, mit der rechten Maustaste, dann packt man alles, was man im Inventar hatte, da rein. Von demjenigen, welches. Gut. Nur mal so nebenbei, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Oder sonstiges. Gut. Nether-Razin haben wir. Wir benötigen jetzt ein paar Fläschchen. So. Warten mal sechs Stück. Die füllen wir dann eben mal mit Wasser auf. Tatatata. Ich habe leider kein Wasserbecken innen drin. Aber da draußen sehe ich auf der Minimap eins. Also. Tatat. Und jetzt einfach nur wieder hier raus. So. Okay. Und jetzt Feuerresistenz. Wie ging das nochmal? Das ist jetzt die nächste gute Frage. Ich weiß es nämlich überhaupt nicht mehr. Ähm. So. Auf jeden Fall. Nether-Razin. Das ist schon mal klar. Ist ja die Basis von jedem Rezept. Muss ich mal mal gucken. Äh. Äh. Ups. 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 Hat er. Fire. Resistance. Fire. Ähm. Hm. Ach Gott. Da muss ich mal wieder niesen. So. Ähm. Push-Nor-Fire-Resistenz. Da gibt es. Ähm. Hm. Magma-Cream braucht man. Dann wird. Äh. Hä. Okay. Was ist das mit der die 8 Minuten lang hält? Achso. Einfach nochmal Redstone drüber. Okay. Das haben wir. Ups. Entschuldigung. Äh. Das haben wir sogar. Irgendwo. Hier. Ich glaube ich habe das bei Industrial mit reingelassen müssen. Jawohl. Auch nicht sehr viele. Ups. Aber ich habe auch noch. Ach. So. Dann packen wir da mal eben. Eins rein. Oh. Eins. Eins rein. Und hier. Eins rein. Und auch noch Redstone. Zwei Stück. Ach du Scheiße. Das habe ich natürlich zwei ganze Stacks genommen. Äh. Sehr gut. Egal. So. Ups. Was zum Teufel. Ey. Geh dahin. Du gehst dahin. Lass den Scheiß. So. So. Und dann geh nochmal schön Steak. Oh. Lecker Stick. So. Dann haben wir Fire Resistance. Dann nochmal Redstone drüber. Und hier auch nochmal Redstone drüber. So. Dann ist es gleich fertig. Und dann können wir auch schon los. Wieder. Und ich kann mir eben kurz noch den. Weiteren. Ähm. Update hier machen. Tadada. Und wo habe ich den jetzt gebraucht. Hier. Bei Gravel. Tadada. Jetzt kann ich nämlich den ganzen Gravel von hier mal eben rausnehmen. Denn die Kiste steht da wo es nur. Aber provisorisch. Dann kann ich den ganzen Scheiß da reinpacken. Und die Kiste wieder abnehmen. So. Dann kann ich die Kiste wieder hier zurück. Genau. Und ich nehme jetzt zwei Stück davon mit. Von der Feuerresistenz. Und ich bräuchte auch noch ein neues Schwert. Hm. So. Zwei Stück. Und noch ein Stock. Holz etc. Haben wir da einen Stock drin. Ups. So. Ein Stückchen. Und dann nochmal hier. Zwei Stück. Bam. Und vielleicht sollte ich das Ding mal eben kurz enchanten. Auf Low Level. Oh es wird dunkel. Muss man eben kurz schlafen gehen. La 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 la. La 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 la. Jo. Zack. Und dann gehen wir jetzt mal kurz enchanten auf Low Level. Und danach geht es dann schon wieder in die Hölle. Wo wir dann. Oh. Hey. Äh. Wobei. Nee. Nein. Hör mal. Ähm. Danach mache ich hier nochmal eben kurz. Etwas was ihr schon kennt. Aber ist mir egal. Ah ja. Bis Level 16 kann ich verzaubern. Super. Ganz toll. Was ist das denn scheiße. Keine Ahnung. Egal. Die Verzerrung habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Egal. So. Ich will nämlich jetzt noch. Bevor ich da wieder reingehe. So. Das brach wieder. Nein. Ähm. Ich möchte hier nochmal eben. Einen neuen Quantumanzug herstellen. Dafür nämlich schon mal hier ein bisschen. U-Matter mit. Ein bisschen. So. Man kann ja nie wissen. Ähm. Und dann. Brauche ich mal kurz wieder die Rezepte. Super. Und zwar. Für den. Quantium. Do it. Do it. Do it. Okay. Da brauche ich erstmal Rubber. Ach. Scheiße. Ähm. Oder ich mache das Ding erstmal nicht. Das habe ich. Das habe ich auch theoretisch. Das müsste ich machen. Das ist aber auch nicht so schwierig. Ja. Das ähm. Kann ich auch machen. Herstellen. Gar kein Problem. Machine Block haben wir auch. Das Ding ist auch nicht so das Problem jetzt. Carbon. Wie viele brauche ich denn davon überhaupt? 4. Ups. 10. Ähm. 17. 17. Habe ich da. Gut. Dann machen wir das mal eben erstmal. Ähm. Das ist hier. So. Carbon Platten. Das sollte ich auf jeden Fall genug von haben. Um das Ganze herzustellen. Brauche ich dann nur noch diese Energiekristalle. Ne? Jo. Ich nochmal eben kurz auf die ganzen Diamanten. Redstone habe ich gerade noch bei mir. Warte das. Wurz. Mal eben kurz mal hier. So. Zack. 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 Zuck. Wups. Zack. So. Nehme ich einen mit. Ähm. Und dann war das hier. Ach. Ich mache das eben direkt am Tisch daneben. Dann war das jetzt hier. Darkerboden Platten. Da. Dann einmal den da. Und. ein Glas. Auf. Dem hier. Genau. Dann brauchen wir nochmal eben. So. Also nochmal einen her. Dann nochmal einen. Und ich glaube auch nochmal einen für die Schuhe. Ich glaube ich habe die Rezepte gerade so noch im Kopf. Ähm. Ach ne. Die Rose war ja einfach so. Nur. Das nicht. Und so. Und dann brauchen wir nur noch die Schuhe. Und das wäre dann so. Ba-bam. Richtig. Gut. Dann kann ich das mal kurz aufladen gehen. Dann habe ich schon mal wenigstens ein. Ähm. Wie heißt das Ding hier nochmal? Ein Nanosuit. Und der ist ja schon mal besser als nichts erstmal. Ne. Gut. Laden wir mal kurz auf den ganzen Kram hier. Und dann geht es gleich weiter. So. Jetzt bin ich schon mal zurück in der Hölle um zu verletzen was ich begann. Egal was ihr verlangt. Ich passe mir nicht an. Ähm. So. Wir wollen mal eben kurz hier hoch wieder. Ach so. Vorher zeige ich euch nochmal ganz kurz etwas. Und zwar. Ähm. Ich nehme mal eben einen Schluck von dem guten Zeug hier. Und ähm. Entweder es klappt noch oder es klappt nicht mehr. Aber. Ähm. Normalerweise sollte jetzt nichts passieren wenn ich das tue. La 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 la. So. Ja. Es passiert nichts. Das heißt ich kann einfach gemütlich durch die Lava schwimmen. Und es passiert wirklich gar nichts. Und wenn das mal nicht geil ist. Dann weiß ich auch nicht. So. Aber. Jetzt erstmal wieder hochkommen. Naja. War vielleicht ein bisschen unüberlegt. Einfach hier rein zu jumpen. Ohne. Ähm. Vorher. Mal zu klären. Wie ich dann wieder direkt hochkomme. Aber ihr seht. Ich brenne. Und ich kriege absolut keinen Schaden. Und auch die Rüstung. Ja. Die wäre sowieso weg. Weil. Das hat die andere Rüstung auch nicht ausgehalten. Oder dass er die Quanten zürzt. Und so ein kleiner Trank hätte mich eigentlich davor bewahrt. Direkt. Äh. Zu sterben. Und ich sollte gleich mal unbedingt Facebook zu machen. Aber das nochmal so nebenbei. Gut. Jetzt muss ich mal kurz wieder hochkommen hier. Äh. 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 Ich hoffe das reicht jetzt. Ja. Tut's. Bam. Wow. Wow. Okay. Jetzt habe ich euch das gezeigt. Für die die das noch nicht wussten. Aber das werden wohl die meisten wissen. Und dass es geht. Ähm. Wo ist denn der? Hier. Da oben. Da ist er doch hier. Gut. Wir gehen auf jeden Fall zurück zu den gemeinen, gemeinen Biestern. Und dann geht's auch weiter. Jetzt können auch ruhig ein paar mehr kommen. Die können wir sowieso nicht viel anhaben. Und dann war's was. Genau. Ach. Da sind ja schon welche. Tada. Gut. Und ihr seht da passiert überhaupt nichts. Wir können so viel umwerfen wie wir die wollen. Da kriege ich absolut gar keinen Schaden. Und das ist gut. Ich brauche hier mal eben kurz ein paar Steine um hoch zu gehen. Okay. Dann würde ich sagen. Ich sammle jetzt nochmal eben ein paar von den netten Dingern ein. Solange wie ich noch Schutz habe. Und dann geht's gleich in der Base weiter. Also bis gleich. So. Jetzt bin ich schon mal wieder zu Hause. Und ähm. Jetzt könnte ich mir. Also ich habe jetzt 20 davon noch gesammelt. Ein Ding brauche ich davon auf jeden Fall noch. Und zwar hier für die Erde. Und. Krabbelstone weiß ich nicht. Gut. Auf jeden Fall. Ich habe hier gerade mal noch zwei weitere Updates reingemacht. Und schon mal etwas Kohlenstopp gemacht. Denn. Ähm. Ich habe gar keine Dinger mehr. Und ich glaube das war. Dann so. Oder? Genau. Dann kriege ich diese Dinger hier. Dann muss ich die so zusammenpacken. Und dann muss ich das Zeug in einen Kompressor werfen. Und dann kriege ich daraus. Genau. Die Carbon Platten. Also nehme ich nochmal direkt vier Stacks raus. Ähm. Ein Netz vier. Genau. Leg die dann schon mal wieder da rein. Denn ich mache jetzt nochmal ein paar Carbon Platten. Einfach nur um welche immer vorrätig zu haben. Und der Kompressor läuft hier auch gerade ganz gut. Ja. So. Ähm. Vielleicht soll ich sogar das Ding noch weiter erhöhen. Ja. Das mache ich sogar. Äh. Das Thrill. Nehmen wir nochmal. Acht Stück. Also nochmal jeweils zwei mehr. Oben drauf. Denn. Dann reicht das vielleicht für einen ganzen Stack. Ich weiß das nicht. Und mir ist aufgefallen. Ich bin mit dem ganzen. YouTube-Matter in die Hölle gegangen. War super schlau von mir. Ähm. Auf jeden Fall werde ich jetzt. Mal 32. Ähm. Nein. Das war falsch. Also nochmal so. Und nochmal. So. 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 Scheiße. Wie ging das jetzt nochmal? Ähm. Hä? Das Rezept war da eigentlich so für das Zeug oder nicht? Jetzt für den. Komischen. Für die komischen Iridium-Dinger. War das nicht so? Ach. Scheiße. Na gut. Dann war es das eben nicht so. Hm. Naja. Okay. Egal. Ich stelle jetzt auf jeden Fall nochmal eben hier. die paar Dinger her. Aber gut. Ich würde sagen. Ich mache an dieser Stelle auch erstmal einen Cut. Werde dann noch den ganzen anderen Kram rüberholen. Der da jetzt noch ist. Und da würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ähm. Ich hoffe es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Falls nicht. Dann halt wie immer nicht. Followt my ass on Twitter. Äh. Oder auch nicht. Auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Und. Wir sehen uns im. Nächsten. Äh. Let's play. Nein. In der nächsten Aufnahme. Gut. Also. Bis dann. Tschö. Tschö.